herzlich willkommen zu einer neuen folge von vorgeist ist schon ewig nicht mehr gespielt mittlerweile wird in der zwischenzeit in zwei seasons rausgekommen wir sind jetzt wir sind jetzt in der season 3 von dem spiel okay wie laufe ich hat irgendwas der gas geben was macht er wie sprich denn ich weiß wie man springt es war falsch ich habe einen controller der hier auf bin ich hallo verpisst euch mal auch gott ich werde es nicht schaffen sehr gut das sind auch noch so bewegliche dinge hier ja ich bin auch zu weit hinten guter start diese beweglichen teile da davor noch jetzt bin ich hingefallen man bist du zu dumm zum laufen oder was wir wollen komm schon komm schon und du bist nicht die spaßen sind auf mich gefallen dadurch habe ich mich hingelegt ja deswegen springen ja auch auf gott es sieht schon schwierig aus und mal sehen ob es nach julis glorreichem start von vorhin jetzt besser läuft niemals lieber nicht ich darf schon wieder ganz hinten dass ich nicht weiß ich auch alter hau dich doch nicht auf alter ich bin letzter so wird noch mal ein bisschen nach vorne geschoben was macht denn du hä wie komm ich denn da hoch alles easy mein gott leg dich doch nicht auf die schnauze wie so ein walross walross kannst du nichts machen du läufst halt auch nicht ja laufst halt auch einfach nicht schneller wie die anderen oh gott oder was macht denn die kamera deswegen spiebt man ja auch mit maus und tastatur dann macht die kamera genau das was du willst mein gott ist wie ich legt sich so wie sie liegt die wieso läuft die oma hinter mir schneller wie geht es wie man schneller gibt es nicht ja aber die oma hat mich gerade eingeholt wir sind hintereinander gelaufen die oma hat mich eingeholt das kann nicht sein man muss irgendwie schneller laufen können weil sonst würde die sind die mich ja nicht einholen ich habe ich verstehe ich verstehe ich verstehe es nicht gibt sie nicht irgendein zauberknopf da bin ich gerade vorhin gescheitert bin ich mal gespannt ich will nicht hinten starten oh gott sei dank woher weiß man eigentlich durch welches tun man durch kann gar nicht du läufst schreien und guckst das passiert hier könnte man zum beispiel durch und hier nett jeder geht aus dem weg nein 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 leg dich nicht hin leg dich nicht hin ja 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 das sieht gut aus das sieht gut aus das sieht überhaupt nicht gut aus doch gar nicht ganz gut aus ja 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 nein jetzt hört auf auf mich zu fallen ich bin ich bin drin wie sieht die aus bin ich drin scheiße an so bänden neue map das sieht doch aus wie eine weihnachtsmap mit schnee und weihnachtsbäumen ja ist gut ich will ich bin erster diese musik geht aus dem weg man muss hier hoch ja was ist denn sonst erwartet und wer sonst geradeaus weil ich wollte fast geradeaus weiter laufen und ich habe auch ein falsches menschen geguckt nein nein was passiert hier oh gott oh gott alles gut nein doch ich hätte nicht über die mitte gehen sollen das ist ja mal mega fies was denn oh lol oh lol what the f jawoll im ziel ne ich würde es nicht schaffen im leben nicht alter 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 es gibt drei reihen also lasst mich doch in ruhe lasst mich in ruhe da ist einer der sieht genau gleich aus wie ich das ist jetzt nicht unbedingt unmöglich so diesmal gehe aber nicht durch die mitte da vorne bist du ja nicht vor dir wieso fällst du erzählen bist du zu tun zum laufen oder ja nein 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 du trägst ventilator nein wie sieht es wie sieht es bei dir aus ja ich bin ja 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 eigentlich ja ja ich bin schon raus alles was machst du war warum bist du so schlecht lauf 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 das heißt wieder raus was ist das denn wie soll das gehen so fünfter versuch mal gucken ich sage jetzt schon ich bin raus ich bin erst doch ja ich bin neulich die habe ich gar nicht gesehen ich dachte mir das fängt mit was ganz anderen mann ich bin raus ja du siehst die teile ja nicht auf die zukunft ja man kann ja ein bisschen antizipieren und nachdenken die rolldinger daher ja 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 was drei sind schon drin du bist ein arschloch du bist ein hässliches arschloch ja da ist eine walze da ist noch mal eine walze wie soll wie soll man das schaffen mit der walze so zum beispiel ja nicht so endlich wir kriegen eine zweite runde hin zu zweit das halte bälle in deinem bereich und punkte für den teams so heilige jawohl dass ich will ins blaue team das blaue team hat jetzt schon drei bälle wie halte ich den ball ja einfach in unseren bereich schieben und gucken dass es nicht rüberläuft worin ich sagen muss unser team gar nicht mal so gut ist jawohl ich hole mir hier mal kurz ein ich bin durch den ball durchgelaufen das ist das denn juli kriegst unmöglich schon mal wieder hin wir werden aber kein negativ rekord mal schaffen hier was wäre jetzt wäre jetzt gelb und blau haus ja also würde nur rot überleben oder wird ja aber da ist ein ball von rot ganz gut für uns so jetzt halten 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 nein okay ja 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 ich habe den ball schon bei groten wieder gesehen oh mein gott ja das wäre egal gewesen dauerte null ja warum nicht in der mitte weil dann die frische hinkommen echt das war zumindest in der ersten ich sehe nicht so ich bin runtergefallen ich habe es noch etwas länger gemacht jetzt ich bin durch die sie das habe ich ja da habe ich absolut ja ich habe absolut verkackt aber bin doch gekommen also stimmt du bist ja ein bisschen ins finale gekommen ja trotz der große soße die ich gemacht hatte ich bringe ich denn wie halte ich mich denn auf der tastatur mit c mit shift ja und hier ich bin raus das ist zu hoch als wenn hat er mich abgedrängt scheiße das war ein fehler ja nein komm schon komm schon komm schon her auf das festzuhalten die vierte runde haben wir geschafft man sieht soweit waren wir noch nie wenigstens immer beide raus wir sehen uns bei der nächsten folge folge wie weit wir da kommen ansonsten wünsche euch noch ein schönes wochenende wir sehen uns bis denn tschüss bei